Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Hannah May und im heutigen Video soll es, wie letzte Woche bereits angekündigt, darum gehen, wie ich meinen Kleiderschrank einmal durchgehe und schaue, wie viele Teile sich darin eigentlich verstecken. Ich erstelle also eine Kleiderschrankübersicht und im Anschluss daran möchte ich eine Capsule Wardrobe erstellen für die nächsten zwei Monate, also für den November und Dezember. Wenn dich das Thema interessiert, dann bleib also gerne dran und wenn dich generell Themen wie Konsumverhalten, Minimalismus, aber auch nachhaltige Kleidung interessieren, dann darfst du sehr gerne meinen Kanal abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast, denn ich möchte in Zukunft noch ganz viele weitere Videos zu diesen Themen machen. Du darfst dem Video natürlich auch gerne einen Daumen nach oben geben, wenn es dir gefallen hat und ansonsten wünsche ich dir jetzt einfach ganz viel Spaß beim Zuschauen. Fangen wir an mit der Kleiderschrankübersicht und dem Basic Step. Schritt Nummer 1 und das ist alles erstmal zusammen zu sammeln. Also am besten alle Sachen, die in der Wäsche sind, einmal fertig waschen, damit man dann eben alles zusammen hat und beim Zählen nichts vergessen kann. Schritt Nummer 2 ist dann, sich Kategorien zu erstellen und zu überlegen, wie man vorgehen möchte. Bei mir waren die Kategorien Accessoires, Taschen, Schuhe, Jacken und dann der restliche Kleiderschrank, den ich nochmal in Unterkategorien eingeordnet habe. Und dann habe ich ganz einfach mit der einfachsten Kategorie angefangen. Bei mir waren das die Accessoires. Danach kommt dann Schritt 3 und das ist das eigentliche Sortieren, nachdem du dir eben einen Plan erstellt hast. Und im nächsten Schritt, Schritt Nummer 4, kannst du dann die einzelnen Kategorien durchgehen und alles einmal zählen. Und ich habe es so gemacht, dass ich im Anschluss daran dann direkt aus der jeweiligen Kategorie Teile rausgesucht habe, die ich meiner Capsule Wardrobe hinzufügen wollte. Das war dann bei mir Schritt 5. Du kannst natürlich aber auch erst einmal alles zählen und dann die Capsule Wardrobe erstellen. Ich fand es so für mich einfach ein bisschen strukturierter. Kommen wir jetzt zu der Frage, wie viele Teile ich denn jetzt in meinem Kleiderschrank habe. Und alle, die das nicht interessiert, dürfen gerne einmal vorspulen, denn es kommen gleich noch 5 Tipps, die euch vielleicht dabei helfen können, wenn ihr eure eigene Capsule Wardrobe erstellen wollt. Deshalb bleibt auf jeden Fall dran, wenn euch das interessiert. Fangen wir an mit, ich würde sagen, meinen Lieblingsteilen, nämlich den Accessoires. Da bin ich auf 29 Teile gekommen. Bei den Taschen, die habe ich jetzt nicht nochmal extra in Unterkategorien aufgeteilt, habe ich insgesamt 13 Teile gezählt. Und bei den Schuhen habe ich ein paar Schlappen, die ich leider vergessen habe, mit ins Bild zu nehmen. Ein paar Sportschuhe, drei Paar Turnschuhe, zwei Paare für den Sommer, drei für den Winter, fünf Paare mit Absatz für besondere Anlässe und vier Stiefeletten. Und nicht zu vergessen, ein paar Dogmatens. Insgesamt sind wir hier damit bei 20 Teilen. Kommen wir nun zu meiner Jackenansammlung, auf die ich echt nicht stolz bin, weil es einfach wirklich sehr, sehr viel ist. Aber ich hänge einfach an vielen meiner Jacken und könnte euch wahrscheinlich auch zu jeder eine Geschichte erzählen. Deshalb fällt es mir da einfach besonders schwer, Sachen wegzugeben. Und bei den Jacken kommen wir insgesamt auf 31 Teile. Ich habe acht Winterjacken, zwei Quartjacken, zwei Bomberjacken, vier Jacken aus Jeansstoff, vier Blazer, einen schickeren Mantel, sieben Lederjacken und drei weitere Mäntel. Weiter geht's mit den Hosen. Da komme ich insgesamt auf acht Teile. Bei den Hemden komme ich auf zehn Teile, bei den Langham Shirts auf sechs und da habe ich jetzt Langham Shirts mit Rollkragen, aber auch ohne zugezählt. Dann habe ich sechs dünnere Stoffpullis, zwei Sweatjetjacken, davon ist eine gecropped, vier Sweatjet Pullover, einen Pullunder und einen Cardigan und vier dünne Strickjacken. Außerdem habe ich fünf Basic Tops sowie drei Basic T-Shirts und sieben Wollpullover und dann habe ich noch drei Röcke sowie zwei Kleider und am Ende habe ich jetzt mal Sommersachen, Sportsachen und Schlafsachen zusammengezählt und da komme ich insgesamt auf 40 Teile. Nicht dazu gezählt habe ich hier Sachen wie Tanzsachen oder Handschuhe fürs Fitnessstüro, weil ich die jetzt nicht so relevant fand. Alles zusammengerechnet ohne Unterwäsche und Socken sind wir dann bei 195 Teilen und ich muss sagen, dass ich ziemlich überrascht bin, denn ich hätte definitiv mit mehr gerechnet. Ich würde zwar mal mindestens fünf Teile draufrechnen, die ich vielleicht noch zu Hause bei meinen Eltern oder bei meinen Schwestern habe, da bin ich mir gerade nicht so ganz sicher, aber trotzdem hätte ich eigentlich mit viel, viel mehr gerechnet. Es ist auf jeden Fall ganz cool, jetzt mal eine Zahl zu haben und vor allem zu schauen, wie sich diese Zahl in nächster Zeit vielleicht noch so verändert. Denn ich beschäftige mich ja noch nicht so lange mit dem Thema Minimalismus, aber ich merke, dass sich mein Mindset und Konsumverhalten definitiv verändert. Zwar nicht so schnell, wie ich es vielleicht am Anfang erwartet hätte. Ich habe immer noch Tage und Phasen, wo ich eher Rückschritte mache, aber alles in allem würde ich schon sagen, dass sich nach einem halben Jahr einen Unterschied bemerkbar machen lässt. Und das freut mich natürlich und ich bin sehr gespannt, wie sich das in Zukunft noch weiter verändern wird. Kommen wir zu Teil 2 dieses Videos, der Capsule Wardrobe und ich habe jetzt fünf Tipps für euch, die euch dabei helfen sollen, eure eigene Capsule Wardrobe zu erstellen. Fangen wir direkt an mit Tipp Nummer 1 und das ist, sich Zeit zu nehmen. Nimm dir wirklich viel Zeit zum Erstellen deiner Capsule Wardrobe, denn es ist nicht einfach, eine Capsule Wardrobe zu erstellen. Vor allem am Anfang nicht, wenn man noch Anfänger ist und es ist keine Sache, die super schnell geht. Ich habe oft hin und her überlegt und war mir bei vielen Teilen unsicher, was völlig normal ist, wenn man das noch nicht so oft gemacht hat. Und deshalb plan dir einfach einen Vormittag oder vielleicht sogar einen ganzen freien Tag ein. Lass dir Zeit und stress dich nicht damit, denn sowas sollte meiner Meinung nach Spaß machen und nicht zusätzlichen Stress bringen. Tipp Nummer 2, probiere verschiedene Kombinationen einfach aus. Wenn du Probleme damit hast, dir vorzustellen, ob zwei Teile zusammenpassen könnten oder nicht, dann probiere es einfach aus. Stell dich vor den Spiegel und schau dir das Outfit einmal an. Und wenn du dann immer noch unsicher bist, aber jemanden kennst, dem du stiltechnisch vertraust, dann schick dieser Person vielleicht einfach ein Bild und frag um Hilfe. Oder du startest die ganze Aktion von vornherein mit einer Freundin, einem Freund. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das zu zweit ziemlich viel Spaß machen wird. Tipp Nummer 3, beachte den Zeitraum. Überlege dir, für welchen Zeitraum du die Capsule Wardrobe planst und was es für Anlässe gibt in diesem Zeitraum. Bist du beispielsweise viel auf der Arbeit und brauchst deshalb besonders schicke Sachen oder bist du eher zu Hause oder draußen mit dem Hund unterwegs und brauchst deshalb vielleicht besonders warme Sachen. Denk dabei am besten auch an Feiertage und Geburtstage, damit du dann auch für diese Tage schöne Outfits erstellen kannst. Mein Tipp Nummer 4, fange mit den Basics an und mach dann mit Extra Pieces weiter. Bei mir sind die Basics Jacken, Hosen und Basic-Oberteile wie Tops und Langemschatz gewesen. Und Extra Pieces wären beispielsweise dann die bunten Hemden oder aber auch die Accessoires. Und für mich ist es so einfacher gewesen, den Überblick darüber zu behalten, welche Teile man miteinander kombinieren kann und in meinem Kopf dann schon ein paar Outfits zu erstellen. Und das liegt einfach daran, dass es meine Art und Weise ist, wie ich Outfits generell erstelle. Ich fange also immer mit den Basics an und füge dann Schritt für Schritt Extra Pieces hinzu. Und mein letzter Tipp, Tipp Nummer 5, sei nicht zu perfektionistisch. Es heißt ja immer, dass in einer Capsule Wardrobe alles mit allem kombinierbar ist. Das ist aber sehr schwer, wirklich hinzubekommen. Vor allem, wenn du jemand bist wie ich und nicht nur eine Stilrichtung in deinem Kleiderschrank hast, sondern mehrere. Versuch einfach, so viele Kombis wie möglich hinzubekommen. Du solltest nicht auf deine Lieblingsteile verzichten oder deinen Kleidungsstil einschränken, nur damit du die perfekte Capsule Wardrobe hast. Im Englischen sagt man, perfect is the enemy of good. Deshalb versuche nicht, die perfekte Capsule Wardrobe zu erstellen, sondern eine, mit der du dich wohlfühlst. Mit diesem Tipp möchte ich das Video jetzt gerne beenden. Ich blende euch hier jetzt nochmal meine Capsule Wardrobe ein. Und wenn ihr die Teile nochmal einzeln sehen wollt, dann schreibt mir das unbedingt in die Kommentare. Dann weiß ich nämlich Bescheid und mache dann nochmal ein extra Video zu. Das hätte jetzt einfach den zeitlichen Rahmen gesprengt, wenn ich das auch noch gemacht hätte. Ich hoffe natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen inspirieren und ihr habt Lust bekommen, das Ganze jetzt selber einmal zu machen. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann gebt dem Video sehr gerne einen Daumen nach oben. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, wenn dich die Themen Minimalismus, nachhaltiger Kleiderschrank und Konsumverhalten interessieren. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderbaren Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und dann hoffentlich bis zu meinem nächsten Video.